Hallo, ich bin Agnes und Magdalena. Wir befinden uns hier im Botanischen Garten auf Mahe. Unsere zweiwöchigen Ferien auf den Seychellen sind schon bald vorbei. Mit Seyvilla hat alles wunderbar geklappt. Die Transfers und die Hotels waren auch super. Unsere Highlights bis jetzt waren auf Prala, der Fond Ferdinand Nationalpark und auf La Dig, eine Südumrundung mit einem Guide. Bis jetzt haben wir von Mahe noch nicht so viel gesehen, aber der Botanische Garten ist einen Besuch wert. Seyvillaus!